Elrond nun verfügbar auf Bitpanda. Willkommen bei der Kryptoeule, hallo liebe Zuschauer. Elrond ist nun verfügbar auf Bitpanda. Lang hat es gedauert und jeder der mich so ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, dass ich öfters bei Bitpanda drunter geschrieben habe, wann Igold. Und jetzt ist es passiert, würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in die News. Und zwar ist es hier von Elrond Network gepostet worden via Twitter und darüber hinaus ist es auch möglich, hier steht es, Igold mit der Bitpanda Visa Debit Card auszugeben und damit 2% Cashback in Bitcoin zu bekommen. Das ist definitiv verfügbar. Hier ist die News von Bitpanda. Elrond, Igold ist ab sofort auf Bitpanda verfügbar. jetzt an der Igold Trading Competition teilnehmen. Ja, da gibt es satte Gewinne und jeder der nicht weiß, was Elrond ist, hier ein kurzer Erklärtext über Elrond. Die Links dazu findet ihr natürlich unten und die Sicherheit wird durch ein Proof of Stake Konsensus Algorithmus garantiert. Da ist es sogar so, dass es bei Elrond ein Secure Proof of Stake ist. Das ist leider hier untergegangen, aber nicht schlimm. Der Elrond Token erklärt die Neuigkeiten, das Thema Maya, alles was ihr bereits kennt und hier gewinne deinen Anteil an 10.000 Euro in Igold. Das hat was mit ihrer Trading Plattform Bitpanda Pro zu tun. Jeder, der da ein bisschen tradet, kann hier gewinnen. Ich wünsche jedem dafür Erfolg. Gehen wir noch ein bisschen auf Bitpanda ein. Bitpanda hat in den letzten Monaten bzw. letzten halben Jahr extrem viele Kryptowährungen dazu gewonnen bzw. gelistet. Schauen wir uns da mal ein bisschen an, was sie alles in petto haben. Bitpanda, jeder der mich so ein bisschen kennt, der weiß, ja ich nutze auch Bitpanda, bin eigentlich davon auch überzeugt. Und warum sollte man nicht deutsche Gründer unterstützen, die in Österreich gegründet haben? Dann sehen wir hier alles, was auf Bitpanda verfügbar ist. Ihr seht hier einige Kryptowährungen und auch immer den aktuellen Chart dazu. Hier haben sie auch wieder einige neue ICP, aber darum geht es ja gar nicht. Wir sprechen über Elrond und ihr werdet sehen, wenn wir hier ein bisschen runter scrollen, da ist das Igold. Und ja, der Kurs, ja, Bitpanda ist jetzt nicht die Riesenbörse, scrollen wir noch unter der Vollständigkeit halber. Bitpanda ist jetzt nicht die Riesenbörse international gesehen, aber für Europa ein sehr wichtiger Anhaltspunkt und Igold ist nun verfügbar. Aber wie ihr seht, Bitpanda ist auch erst vor kurzem im Aufholmodus, sage ich mal hier, Thema ihre Best Rewards. Hier Igold ist noch nicht alt, wie ihr seht, anhand der Minutenanzahl und vor kurzem haben sie erst weitere Kryptowährungen hinzugefügt und wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, werden wir sehen, dass immer mal wieder welche hinzugefügt wurden. Definitiv für Europa ein wichtiger Exchange. Das ist meine Meinung und ich glaube für Europa und auch gerade für viele Deutsche, da wir in Europa nicht so extrem viele Kryptobörsen haben, die, sage ich mal, ein breites Umfeld haben, ist Bitpanda natürlich ein guter Anlauf. Ja, das war es mit den News. Kurzes Video, kurz und knackig. Elrond nun verfügbar auf Bitpanda. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.